Ja, hier war ich früher. Also, mein Arbeitsplatz. Hier habe ich früher gearbeitet. Post ist da. Willen, für dich ist nichts dabei. Ja, so war das früher. Nix zu tun, ne. Bist du nachdem noch jeck von, ne. Sag mal, wer denn in meinem nächsten Du-und-Vordur-Stand? Ja, hier bin ich dann immer hingegangen, wenn ich nicht mehr... Also, man will ja auch mal allein sein. Also, also hier jetzt. Hier. Hier war ich dann immer am liebsten. Hier kommt einem niemand hinterher und meckert einen an. War so ein bisschen wie die UN-Sicherheitszone. Jetzt muss ich selber darüber grenzen. Tja, und jetzt habe ich wieder eine Aufgabe. Ja, also, ich helfe mit. Damit es uns allen besser geht. Ich helfe mit. Ich helfe mit. Ich helfe mit. Ich helfe mit. Du bist so ein guter Buchstab. Also, ich helfe mit.